Ihr Grüß euch, ich bin der Georg Brinkis aus dem Neuhaus und ich freue mich sehr auf die offenen Atelier-Tage, die jetzt die kommenden zwei Wochenenden hier im ganzen Landkreis stattfinden werden. Ich freue mich sehr, dass ihr vorbeischaut und auch natürlich zu meinen Kollegen im Landkreis, jetzt schon mal auf dem Weg sein, so wie ich einschließe. Also bei mir speziell ist zu sehen Holzskulptur, Keramik und Zeichnungen, Tuschie-Zeichnungen und vielleicht auch noch ein paar Stiftzeichen, bis heute im Moment, um es herzustellen. Also, freue mich, bis dann. Fiat euch!